Der Friede des Herrn sei mit euch, meine Lieben, und willkommen zu einer weiteren Episode unter die zehn bekanntesten Ehrlehren, die es da draußen auf der Welt gibt. Heute ist es mal sehr interessant zu Teil 8 und zwar bete einfach ein einfaches Gebet und lebe so wie du willst. Diese Aussage wird in der heutigen Zeit sehr oft getätigt, unter jungen Leuten vor allem und auch natürlich in vielen Gemeinden, in vielen Sekten und das ist eine ganz ganz gefährliche Aussage. Denn ich kann nicht einfach so leben wie ich will. Das ist kein Leben was ich da führe, dann war ich ja nie Christ gewesen. Aber wie gesagt, das sind alles Aussagen von Menschen, die immer weitergegeben werden, damit man sich an die Zeit anpasst meistens. Das ist ja meistens so, dass man sich an die Zeit anpasst. Ich habe sogar von Leuten gehört, die sogar erzählt haben, Gott soll sich gefälligst an Menschen anpassen und nicht umgekehrt. All diese Aussagen, das ist unfassbar. Ja, ich meine, wie kann man sich das Recht nehmen, so etwas auch zu erzählen, zu behaupten und solche Irrlehren zu verbreiten. Aber ich sage euch, das sind alles Teufelswerke. Der Teufel ist immer unter uns. Der versucht immer wieder uns irgendwelche Fallen zu stellen, aber die sind stärker. Das Licht ist immer stärker als das Finsternis. Ja, aber genug geredet, kommen wir direkt zu dem Thema. Schaut euch nun das Video an. Ein weiteres Video, wo ich auch wieder versuche, beispielsweise euch zu erklären, dass diese Aussage ganz klar falsch ist und eine ganz klare Irrlehre ist. Ja, also viel Spaß. Ja, meine Lieben, schauen wir uns heute im achten Teil eine besondere Irrlehre an. Das ist vielleicht auch mal interessant für die jungen Leute, weil das hört man ja auch sehr oft vielleicht. Auch ich habe das in meiner Jugend, in meiner Zeit ja auch mal sehr oft von solchen Dingen gehört, solche Irrlehren. Aber ja, so ist das. Also diese Irrlehre ist eine sehr interessante Irrlehre. Vor allem für mich diese Aussage, bete ein einfaches Gebet und lebe, wie du willst. Das ist eine gefährliche Aussage, die sogar nicht nur unsere Errettung kosten kann. Beispielsweise auch unsere Beziehung zu Gott könnte das auch kaputt machen. Ja, ich werde es euch auch gleich erklären, warum. Bevor wir gleich auf das Wort Gottes eingehen, möchte ich natürlich dazu auch erst mal sagen. Also vor allem bete ein einfaches Gebet und lebe, wie du willst. Ja, es geht, man denkt, man betet einfach so, als würde man so sagen, ja, das ist ja nun mal meine Aufgabe. Ich muss ja nun mal zu Gott beten, anstatt dass es aus dem Herzen auskommt. Wenn man betet, betet man dementsprechend vom Herzen aus. Man betet nicht das, was man einem vorgesagt bekommt. Das ist das, was unser Herr ja auch beigebracht hat. Ja, man soll sich ja nicht da hinstellen und beten, wie die Leute, die uns das auch gezeigt haben. Ja, betet einfach das Vaterunser und das war's. Man sollte schon vom Herzen aus beten, dass man das auch ernst meint. Ja, vor allem zum Beispiel für die Gesundheit. Ja, oder zum man redet einfach mit Jesus, indem man auch betet, ja, es war ein schöner Tag, danke, dass es mir gut ging. Aber ich weiß, dass es dann zum Beispiel auch Menschen gibt, da draußen gibt, denen es zum Beispiel nicht so gut geht. Ja, ihr kennt es selber. Natürlich kann es euch besser gehen, aber es gibt immer Menschen, denen es viel schlechter geht, die zum Beispiel nichts haben, kein Dach über dem Kopf haben, nichts zu essen, nichts zu trinken haben oder dass es in ihrem Ort, in ihrem Zuhause, wo sie sind, sehr, sehr schreckliche Bedingungen haben, als bei uns. Ja, viele von uns denken gar nicht daran. Und ein einfaches Gebet sieht für mich einfach aus. Ja, danke, dass ich diesen Tag gehabt habe und das war's. Ja, das war's, das war's. Also mehr kommt nichts dazu. Und ich finde, wenn man schon betet zu unserem Herrn, dann sollte man vom ganzen Herzen aus beten und sich auch die Zeit nehmen. Und vor allem die Aussage, lebe wie du willst, das ist schon sehr gefährlich. Das heißt, ich kann, Hauptsache, ich bete einfach mal einmal am Tag, das Vaterunser, das reicht und dann lebe ich einfach so, wie ich will. Ja, ich gehe zum Beispiel ins Casino oder ich gehe zum Beispiel mit Freunden die ganze Zeit was trinken, ja, Alkohol, mich besaufen, mich betrinken, Partys machen, Hurereien treiben und vor allem natürlich auch Menschen, anderen Menschen, Mitmenschen Schaden zufügen, indem ich über sie lästere, sie mobbe oder schlechte Dinge über sie herziehe. Und dann abends gehe ich nach Hause und bete einfach so und tue so, als wäre das alles nie passiert. Das ist eine ganz, ganz schreckliche, ja, das Schlimmste, was man nur machen kann, denn ihr verarscht nicht nur euch selbst, sondern in erster Linie verarscht ihr auch unseren lieben Schöpfer. Und das ist das Schlimmste, was ihr nur tun könnt, ja. Das heißt, mit anderen Worten, diese Irrlehre, die man euch gibt, ist ganz, ganz gefährlich. Fallt bloß nicht auf solche Dinge rein, sondern ich werde euch jetzt erst mal zeigen, was das Wort Gott ist dazu sagt. Ja, die Bibel hat schon eine ganz klare Stellung dazu. Und zwar schauen wir uns das erst mal an. Das Gebet ist sehr wichtig und der beste Weg, Gott zu dienen. Erst mal kommt es natürlich darauf an, wie betet ihr? So, ich sage euch ganz offen und ehrlich, betet vom ganzen Herzen aus. Betet nicht das, was ihr denkt, wo ihr denkt, ich muss das so und so sagen, ich muss das so und so beten. Also sonst hört ja der liebe Vater uns nicht. Nein, betet vom ganzen Herzen das, was ihr beten möchtet. Selbst wenn es mal Tage gibt, wo ihr vielleicht einfach nur euch für den Tag bedankt, betet einfach oder betet nicht einfach so nach Lust und Laune oder betet nicht einfach so, ja, heute ging es mir schlecht, ich bete nur, wenn es mir schlecht geht. Ansonsten bete ich nicht. Denkt nicht solche Sachen. Lasst euch auch solche Sachen gar nicht einreden, sondern nehmt jeden Tag, den ihr habt auf dieser Erde und nehmt euch die paar Minuten und betet einfach vom ganzen Herzen zu eurem Vater. Ob es nun ein schöner Tag war oder ein schlechter Tag war oder ob es mal traurige Momente gab oder glückliche Momente gab oder die Begegnung, die ihr hattet, spricht einfach zu ihm. Ganz einfach. Macht es euch so einfach, wie es geht. Betet einfach vom ganzen Herzen zu eurem Vater. Und das muss noch nicht mal das Vaterunser sein, sondern es muss noch nicht mal vorm Essen oder nach dem Essen sein. Das kann auch einfach mal so sein, dass er einfach zu ihrem Herrn und zu unserem Schöpfer spricht. Und glaubt mir, er hört das, er sieht es, weil es kommt von eurem Herzen. Es kommt nicht von euch, weil ihr denkt, dass jemand zwingt euch dazu, sondern nein, es kommt von eurem Herzen. Und das ist viel schöner und vor allem befreiender, meine Lieben. Ja? Vor allem im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 36 bis 38. Und da war auch Hannah, eine Prophetin, die Tochter Panuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann sieben Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Meine Frau, das liegt daran, dass sie das vom Herzen aus getan hat. Und das ist das, was ich auch immer wieder euch versuche zu erklären. Liebt euren Vater vom ganzen Herzen. Alles andere kommt vom Selbst von Herzen aus. Das heißt, mit anderen Worten, dann werdet ihr euch auch gar keine Gedanken darüber machen. Hm, bete ich jetzt heute morgens und bete ich dann heute abends? Was sage ich zum Herrn? Nee, ich sage lieber das, was in meinem Gebetsbuch steht und und und. Nein, packt dieses Gebetsbuch weg oder lasst euch nicht von irgendwelchen Irrlehrern irgendwelche Sachen in ein Ohr einflüstern, sondern betet vom ganzen Herzen aus zu unserem Vater. Und das Gebet wird uns durch Christus und der früheren Kirche vorgezeigt. Ja, die früheren Kirchen damals haben es uns auch vorgemacht. Aber der beste Weg ist natürlich Jesus Christus, hat es uns natürlich vorgezeigt, wie ihr zu unserem Vater betet. Und das könnt ihr zum Beispiel auch hier im zweiten Brief nach Korinther sehen, im Kapitel 5, Vers 14 bis 17. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesen überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir den von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das ist das, was ich euch versuche zu erklären, meine Lieben. Wenn ihr Christus in eurem Herzen akzeptiert habt und ihr wiedergeboren seid, neu geboren seid, dann passiert alles automatisch. Das werdet ihr merken. Das heißt, ihr betet mehr von eurem Herzen aus, als wenn es Menschen gibt, die euch irgendwelche Dinge einreden und euch erzählen wollen, was es da alles gibt. Wenn du das, du kannst so viel beten, du kannst einfach ein einfaches kleines Gebet machen, ein Kurzgebet und dann kannst du einfach so leben, wie auf das du Bock hast. Nein, eben nicht. So einfach macht der Herr uns das natürlich nicht. Denn das sind alles, ich sag mal, Verführungen, Ehrelehren, die des Teufels abstammeln. Es kommt ein Lieblingsvers von mir. Das ist nämlich mein Lieblingsvers. Und zwar das ist das, worauf ihr zum Beispiel beim Beten achten solltet. Ich brauche auch dazu euch nicht viel erklären, sondern schaut es euch an. Matthäus Kapitel 6, Vers 6 bis 13 aus der Bergpredigt. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihren Willen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, ihr merkt, Jesus macht frei. Er sagt euch ganz klipp und klar, dass ihr dementsprechend, wie ihr zu beten habt, indem ihr einfach in einem, ihr könnt in eurem Zimmer beten, ihr könnt für den Moment euch zurückziehen, alleine euch zurückziehen, Gardinen, Vorhänge zu machen, einfach Licht an oder Kerze an, wie ihr es haben wollt, wie es für euch am angenehmsten ist. Und dann könnt ihr zu eurem Vater, zu eurem Bruder Jesus beten, vom ganzen Herzen aus. Ja, das tue ich auch. Ich stelle mich nicht da draußen hin und fange an, draußen laut zu beten, damit jeder sieht, guck mal, wie gläubig ich bin. Nein. Ich weiß, dass es da Religionen da draußen gibt, die so etwas tun, aber das müssen wir nicht. Wir müssen niemandem etwas beweisen, wir müssen niemandem zeigen, wie stark unser Glaube zu Gott ist, denn wichtig ist, dass wir wissen, wie unsere Beziehung zu Gott ist und nicht, dass die anderen das sehen. Die anderen werden das natürlich automatisch merken, dass wir eine besondere Beziehung zu Gott haben. An erster Stelle ist es wichtig, dass unser Vater sieht, dass wir ihn vom ganzen Herzen aus lieben. Ja, und ihr seht anhand des Matthäus-Evangeliums in diesem Vers, dass unser Vater bereits schon weiß, was wir brauchen, bevor wir schon anfangen zu beten. Und das ist die Allmacht, das allwissende Geschöpf auf der gesamten, im gesamten Universum. Ja, unser Schöpfer. Meine Lieben, mehr dazu, Quellenangaben werdet ihr in der Videobeschreibung finden und diejenigen, die mich auf Instagram noch nicht folgen, folgt mir auf Instagram. Es kann nur für euch interessant werden unter JohnFollowOfChrist. Die Verlinkung findet ihr unter meiner Videobeschreibung. Ihr seht, auch dieses Video oder besser gesagt auch diese Irrlehre wurde ganz klar widerlegt. Ja, ganz, ganz klar widerlegt. Es ist falsch. Diese Irrlehre ist einfach gefährlich. Auch die Verse, die Bibelverse haben uns schon eigentlich alle Antworten gegeben. Ich bräuchte eigentlich gar nichts großartig, was dazu sagen, aber mache ich trotzdem. Ja, aus Liebe zu euch, weil ich euch das ja auch versuche zu erklären. Ich weiß, dass ja auch viele Zuschauer darunter sind, die zum Beispiel auch keine Christen sind oder keine Gläubigen sind oder keiner Religion allgemein angehören. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich mit diesen Dingen sich mal auseinandersetzt. Es ist gleichzeitig sowas von gefährlich, dass man so etwas erzählt und behauptet, ja, Gott liebt ja alle Menschen. Das heißt, du kannst ja machen, was du willst. Denn so funktioniert das ganze Spielchen gar nicht. Ja, also so funktioniert es überhaupt nicht. Also lasst euch auch nicht in solche Irrlehren hineinverwickeln. Beispielsweise lasst euch auch nicht solche Sachen einreden. Ihr seht, das Wort Gottes, ja, die Bibel hat die oberste Priorität. Es ist das Wort Gottes. Es wird immer Menschen kommen und geben, die euch irgendwas davon erzählen und versuchen einzureden. Und es gibt sogar mittlerweile Leute, die sogar sagen, die Bibel ist nicht das Wort Gottes. Da gibt es noch andere Schriften und und und. Apokryphen, Koran-Versionen, also Koran. Und andere, die Mormonen, Zeugen Jehovas, diese Wachtturm-Zeitschriften, Schonji-Sekte ja mittlerweile. Da gibt es ja so viele Sachen. Lasst euch bloß nicht von irgendwelchen Leuten irgendetwas einreden, sondern macht euch erstmal immer ein eigenes Bild. Studiert die Bibel, lest ihr das Wort Gottes. Versucht das in euch einzuwirken und ihr werdet die Wahrheit erkennen, solange es ihr auch zulässt, indem ihr euer Herz, Jesus Christus, unseren Bruder öffnet. Für diejenigen unter euch, die sich noch nicht für Jesus Christus entschieden haben, entscheidet auf jeden Fall jetzt für Jesus Christus. Denn wir leben in einer Teilendzeit, in einer gefährlichen Teilendzeit. Es werden noch viele Prophezeiungen erfüllt werden. Es werden noch viele Prophezeiungen kommen. Aber dementsprechend für diejenigen unter euch, die Jesus in ihren Herzen akzeptiert haben, braucht ihr auch gar keine Angst vor diesen kommenden Teilendzeiten haben. Denn wir sind alle mit Gott gesegnet, der Heilige Geist ist in uns und wir brauchen uns auch gar nicht vor Dingen fürchten oder auch nicht vor dem Teufel Angst haben. Denn wie ich schon gesagt habe, das Licht ist immer stärker als die Finsternis. Ja? Also meine Lieben, hoffe euch hat das Video kurz gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch. Und ja, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, abonniert diesen Kanal. Und ansonsten teilt dieses Video, wenn ihr der Meinung seid, dass das, was ich hier tue, wichtig ist. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja? Also bis zum nächsten Mal. Dann hat's zu einem neuen Video unter den 10 bekanntesten Ehrenlehren. Gottes Segen wünsche ich euch. Passt auf euch auf. Und ja. Ciao. Bis zum nächsten Mal.